Ah, die sind auch wichtig jetzt. Sehr wichtig sogar. Stachelkraut. Zersticht Reifen und verletzt Zombies, die drauf treten. Was auch immer ein Stachelkraut ist. Ich würde es mal so sagen. Das Leben als Fußabtreter ist nicht leicht. Hm. Muss ich da auch blöd fühlen, wenn jeder ständig auf einem herumtritt. So, Pflanzen. Stachelkraut. Stachelkraut, Zersticht Reifen, ja das kennen wir schon. Alle Zombies, die drauf treten. So. Falls ihr euch fragt, was jetzt passiert ist. Ich habe es zum Glück rechtzeitig bemerkt. Ich habe jetzt noch ein wenig im Lexikon herumgeblättert, habe die nächste Mission angefangen, wie ihr es hier seht. Und dann habe ich erstmal unten gemerkt, ach du Scheiße, die Aufnahme läuft nicht mehr. Zum Glück habe ich nur ein, zwei Minuten versäumt. Also fast, wir haben so gut wie nichts verpasst. Aber wir lesen das nochmal und die Festplatte war halt voll. Ich habe ein bisschen Platz schaffen können, für die Mission reicht es eventuell noch. Aber holen wir jetzt mal nach, was wir verpasst haben. Jetzt fällt die Musik irgendwie doof. Naja. Stachelkraut. Stachelkraut, ähm, sehr Sticht Reifen und verletzt Zombies, die drauf treten. Schaden normal, bereich alle Zombies, die drauf treten. Besonderheit, nicht von Zombies fressbar. Das ist wichtig. Die können einfach drüber laufen. Stacheltraut steht total auf Hockey. Er hat sogar eine Saisonkarte. Er weiß alles über seine Lieblingsspiele und er räumt regelmäßig bei den Hockey-Wetten im Büro ab. Es gibt nur ein Problem. Er hat panische Angst vor Pucks. Pucks, weiß ja jeder. Diese kleinen, runden, schwarzen, flachen Dinge, die er mal in Eishockey spielt. Moment mal kurz. So. Die Musik hört auf. Das ist doof. Gut. Machen wir das noch schnell. Zomboni. Wisst ihr was? Das machen wir beim nächsten Mal, wenn Musik dabei ist. Ohne Musik ist das doof vorzulesen, finde ich. Ist das etwas für eine Aufstellung, die wir genommen haben? Das ist jetzt blöd, es euch im Nachhinein zu erklären. Die Kartoffel. Wir haben die... Der Stachelkraut mitgenommen und dafür haben wir... Na, was haben wir da gelassen? Die Walnuss. Genau. Ich glaube, das kam auch nicht mit auf die Aufnahme drauf. Falls sich jemand fragt, ob... Ist das eigentlich Zufall, dass die jetzt immer gerade dort kommen? Hm. Naja, also... Falls sich jemand fragt, ob so eine Walnuss diesen Wagen auffällt, der kommt und das Bob-Team dahinter. Leider nicht. Leider nein. Denn das Ding fährt einfach über die Walnuss drüber. Boah, habe ich viel Geld. Verdammt. Ich habe das da ver... verpennt. Viel Sonnen. Nicht Geld. Viel Sonnen. Bumm. Ich hoffe, das reicht jetzt noch. Ich habe jetzt irgendwie so 30, 40 Gigabyte Platz machen können. Das reicht nur so vielleicht für 20, 30 Minuten... für 20, 25 Minuten. Ich hoffe, das reicht, um das zu machen und noch das durchzulesen, was wir versäumt haben. Hm. Das wird knapp in der Kartoffelmine. Aber wir schaffen das. Können wir das schaffen? So. Machen wir es dafür ganz hinten. Da hat es genug Zeit, um aufzuladen. Für alle Fälle. Das gefällt mir doch schon besser. Besser als was? Keine Ahnung. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Um. So. Da hin. Und sonst habt ihr auch nichts verpasst. Von Deputy Dave kam, glaube ich, nichts. Nein, müsste nicht gekommen sein. Von daher. Ruhig, bluteliebe Kameraden. Nicht mehr Sonnenblumen. Um Gottes Willen, bin ich wahnsinnig. Ja, also nicht ja zum Wahnsinnig, aber yeah. Es läuft. Ich glaube, hier waren keine Tauchzombies dabei, oder? Wir haben es leider nicht gesehen, oder? Habt ihr es gesehen? Vielleicht noch kurz, wo ich Lexikon geöffnet habe, was an Gegnern kommt. Ich glaube, da waren keine Tauchzombies dabei. Falls ihr euch bewundert, warum ich das jetzt so schnell vergessen habe, alles. Ich war jetzt so ein bisschen 10 Minuten auf dem Desktop beschäftigt, um zu gucken, wo ich jetzt noch Platz schaffen kann für die Aufnahme. Weil es so mittendrin abzubrechen ist schon irgendwie doof. Ich möchte es doch schön zu Ende bringen. Eine riesige Welle von Zombies. Oh nö. Kommt schon, Leute. Können wir nicht einfach Freunde sein? Es gibt doch bestimmt andere Gehirne. Die garantiert genauso lecker sind wie meins. Mir fällt bloß gerade niemand ein, der nicht leiden kann, den ich dann gleich mal spontan nennen könnte. Der Pidave, aber da ist doch nichts zu holen. Oh, den mag ich eigentlich. Ist auch so in seiner Weise crazy. Ja, warum ich jetzt noch nicht der Stachelgrat einsetze? Wir setzen es früh genug ein, es gibt ja nochmal so einen schönen Eiswagen. Der Eismann, der Eismann. Und das setzen wir jetzt toll ein. Es war schon, dass das schon wieder eine Stunde rum ist. Bei der letzten Aufnahme habe ich es innerhalb von einer Stunde geschafft. Oh, es kommt doch Tauchzombies. Verdammt. Dann muss ich die jetzt so rauslassen. So machen. Verdammt. Die gehen nur kurz hoch. Gut. Hat noch gereicht. Naja. Äh, was wollte ich sagen? Verdammt. Gedächtnis. Warum? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe irgendwo mittendrin was zu erzählen, glaube ich. Ah ja, stimmt. Genau. Die Aufnahme geht jetzt schon eine Stunde. Also, ähm. Und wir sind gerade jetzt beim siebten Unterlevel. Bei der letzten Aufnahme waren wir nach einer Stunde fertig mit dem zweiten. Bei der allerersten Aufnahme waren wir, glaube ich, noch 45 Minuten fertig. Ich merke, es wird länger. Dementsprechend muss ich jetzt echt mal gucken, wie ich meine Festplatte wieder begrößer kriege. Dass ich das mal unter einen Hut bekomme, so ein ganzes Level in einer Aufnahme durchzukriegen. Es ist einfach schöner, wenn man so ein ganzes Level am Stück fließend macht, als sich so mittendrin aus dem Spiegelfluss herauszureißen. Oh, da können wir es mal einsetzen. Das klaut. Böhm. Es bleibt normal immer stehen, aber bei so einem Teil verschwindet es dann. Ist aber ganz gut so. Es ladet schnell genug nach, um gut reagieren zu können. Das ist schön. Das macht Spaß. So. Machen wir mal noch ein Stachelkort hier vorne hin, zum Demonstrieren, wenn Zombies drüber laufen. Und ein bisschen mehr Seerosenblätter, dass die Tauchzumis mal vorne abgehalten werden, ein bisschen, sobald sie erscheinen. Wir können eigentlich davon jetzt mal noch sein. hinsetzen. Das sieht man nicht viel. Ich meine, die laufen halt einfach drüber und das macht Schaden. Nein. Weggemampft. Mein arme Serosenblatt. Ist das nicht ekelhaft, Serosenblatt zu kauen? Oh, nein. Ich wollte es doch davon hin. Egal. Man will ja nicht zu perfektionistisch sein. Was? Ich habe gerade die Maus verloren. Ich habe die Maus mit den Augen verloren. So etwas muss erst mal vorkommen. Er spielt heute aber echt rum. Das ist Wahnsinn. Das ist echt wegen dem Platz wahrscheinlich. Jetzt kommt die letzte Welle. Los, komm schon. Komm her. Ich habe keine Angst. Das ist die perfekte Welle. Bumm. Reifen kaputt. Nein. Du kannst auch nicht zu K-Glas gehen. Gibt es übrigens noch mehr Leute, denen die K-Glas-Werbung der Zeit lang so richtig auf den Zeiger gegangen ist, wo jeder zweite Werbespot war. K-Glas repariert. K-Glas tauscht aus. Schaltet man das Radio an. K-Glas repariert. K-Glas tauscht aus. Läuft an irgendeinem Werbeplakat vorbei. K-Glas repariert. Und was ist denn das, wenn eine Pflanze... Das ist Hunderholz. Hahaha. Mal reingeworfen. Gespoilert bin ich böse. Erbsen, die hindurchfliegen, werden zu Feuerbällen. Einerseits richtig geil, andererseits macht das unsere Hakelzuckererbse unnütz. Wenn da gefrorene Erbsen drüberfliegen, werden die nämlich normal. Aber gut. Bevor wir weitermachen... Genau. Hauptmenü. Vorstadtlexikonladen gibt es auch. Aber erst mal die Pflanzen nochmal. Den haben wir ja schon. Auch ohne Musik vorgelesen. Schade, aber gut. Zunderholz. Ich halte jetzt die ganze Zeit auf die Zahl noch mit. Erbsen, die durch Zunderholz fliegen. Ja, genau. Werden zu Feuerbällen, die doppelt so viel Schaden verursachen. Verdoppelt den Schaden zu Erbsen. Feuerbälle verletzen beim Aufprall in der Nähe befindliche Zombies. Das mit den Eishakelzuckererbsen steht nicht mit dabei. Das kriegt man so als Tipp mit reingeworfen irgendwann. Oder man findet das selbst heraus. Aber die werden zu normalen Erbsen und dann sind die schon fast unnütz. Deswegen müssen wir die davor platzieren. Das ist schon ziemlich wichtig dann bei der Positionierung. Alle mögen und respektieren Zunderholz wegen seiner Integrität und weil er die Wirkung von Erbsen maximiert. Er hat aber ein Geheimnis. Er kann nicht lesen. Und ich habe das die ganzen Jahre nicht bemerkt. Aha, die kommen jetzt demnächst. Ja, ihr seht es tatsächlich. Ihr seht es schon richtig, was der in der Hand hat. Also zuerst Zomboni. Er traktiert Pflanzen mit Eis und Dampf. Hat sogar so einen kleinen Gärer da unten. Ausdauer hoch zu meinem Pflanzen hinterlässt Eis. Nicht zu verwechseln mit einer Eisbearbeitungsmaschine der Marke Zomboni Copyright. Zomboni Copyright und die Abbildung der Eisbearbeitungsmaschine sind eingetragene Marken von Frank J. Zomboni und Co. Incorporated. Und die Verwendung von Zomboni wurde gestattet. Für all deine Bedürfnisse zum Thema Telefon! Moment. So, also nicht für alle Bedürfnisse zum Thema Telefon, für alle Bedürfnisse zum Thema Eisbearbeitung, die nichts mit Zombies zu tun haben, besuche www.zomboni.com Wo hier Zomboni steht. Da habe ich mich letztens schon gewundert. Zamboni ist irgendwie irgendwie an Zalando. Naja. Vielleicht verkaufen die ja Schlittschuhe. Hahaha. Zombie-Bob-Team erscheinen immer in Vierergruppen. Gering. Also aus Stitten gering. Erscheint nur auf Eis. Das Zombie-Bob-Team hat hart für den Erfolg geschuftet. Es lebt zusammen, frisst Gehirne zusammen und bildet eine verschworene Zombie-Einheit. Nicht schlecht. Gibt es auch die Jamaikanische Version von... Ihr wisst ja, auf welchen Film das bezogen ist. Gut. Das muss reichen. 3.8. Mehr will meine Festplatte nicht. Auch wenn ich eigentlich Lust habe, kommen noch weiter. Ich wollte eigentlich bis 4 machen. Ich bin gerade voll im Fluss drin. Aber gut. Da darf ich mich aufs nächste Mal freuen. Und ich danke euch natürlich mal wieder fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, wo mir wahrscheinlich hoffentlich dann auch mein verschollenes Thema einfällt. Und ja. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Bye-bye. B Nutze. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.